Dieser Trainingsabschnitt dient der Eingewöhnung in die Virtual Reality, der Gewöhnung an die Steuerung und der Orientierung in der virtuellen Trainingsstation. Ihre Aufgabe besteht darin, sich die Lage der Zimmer einzuprägen, den Standort aller Feuerlöscher zu finden, sowie das Schwesternzimmer und das Stationstelefon. Optional können Sie sich mit der Bedienung eines Feuerlöschers vertraut machen. Sie haben einen von fünf Feuerlöscherstandorten gefunden. Durch Drehen Ihres Kopfes können Sie mit dem Feuerlöscher zielen. Schauen Sie beispielsweise an die Decke folgt die Spitze des Feuerlöscherschlauches dieser Bewegung. Mit dem rechten Trigger versprühen Sie das Löschmittel. Ein Feuerlöscher enthält nur eine begrenzte Menge an Löschmittel. Sie sollten es sich daher gut einteilen und einen Brand mit kurzen, gezielten Sprühstößen auf die Brandquelle bekämpfen. Sie haben zwei von fünf Feuerlöscherstandorten gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem der Börsen und ZDF, 2020 Sie haben drei von fünf Feuerlöscherstandorten gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie haben bereits vier von fünf Feuerlöscherstandorten gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie haben das Schwesternzimmer gefunden. Sie haben das Stationstelefon gefunden. Im Falle eines Brandes benötigen Sie es, um die Leitwarte anzurufen und die Meldekette in Gang zu setzen. Im Ernstfall ist das sehr wichtig, da beispielsweise ein Anruf bei der Feuerwehr von Ihrem privaten Mobiltelefon aus zu erheblichen Verzögerungen in der Reaktion auf den Brand führen kann. Rufen Sie immer die Leitwarte vom Stationstelefon aus an, um einen Brand zu melden. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Sehr gut, Sie haben alle fünf Feuerlöscherstandorte gefunden. Sie haben alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Der nächste Trainingsabschnitt wird gleich automatisch gestartet. Dieser Trainingsabschnitt stellt ein Beispiel für einen Brandfall dar. Sie übernehmen die Rolle von Schwester Helene, die auf der virtuellen Trainingsstation im Dienst ist. Ihre Aufgabe besteht darin, so schnell und korrekt wie möglich zu reagieren, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Feuer, Feuer! Es brennt in Zimmer 8! Schwesterhilfe! Es brennt in Zimmer 8! Bevor Sie einen Löschversuch unternehmen, sollten Sie auf jeden Fall die Leitwarte anrufen, um die Meldekette in Gang zu setzen. Feuer, Feuer! Hilfe, Feuer! Bevor Sie die Brandmeldung absetzen, sollten Sie überprüfen, ob es tatsächlich brennt. Bevor Sie die Brandmeldung absetzen, wenn Sie die Brandmeldung absetzen, um die Ausbreitung des Rauches zu verhindern. Leitwarte hier, Lehmann am Apparat. Hallo? Hier ist Schwester Helene von der virtuellen Trainingsstation. Ja. Das Feuer ist in Zimmer 8. Was brennt denn bei Ihnen? Ein Papierkorb. Mhm. Es ist niemand direkt in Gefahr. Gut. Alles klar. Hilfe ist unterwegs. Jetzt, da Sie die Brandmeldung abgesetzt haben, sollten Sie überprüfen, ob der Brand noch klein genug ist, um einen Löschversuch zu unternehmen. Sie haben zu viele Brandgase eingeatmet und sind daher ohnmächtig geworden. Im Ernstfall können Brandgase noch viel schneller zu Ohnmacht und Tod führen als in dieser Trainingsanwendung. Achten Sie unbedingt auf Ihre Eigensicherung. Dieser Durchlauf des Trainingsabschnittes muss daher leider als Fehlschlag gewertet werden. Sie können es aber gleich noch einmal versuchen. Der Trainingsabschnitt wird automatisch neu gestartet. Dieser Trainingsabschnitt stellt ein Beispiel für einen Brandfall dar. Sie übernehmen die Rolle von Schwester Helene, die auf der virtuellen Trainingsstation im Dienst ist. Ihre Aufgabe besteht darin, so schnell und korrekt wie möglich zu reagieren, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Hilfe, Schwester! Es brennt in Zimmer 8! Schwester, Hilfe! Bevor Sie einen Löschversuch unternehmen, sollten Sie auf jeden Fall die Leitwarte anrufen, um die Meldekette in Gang zu setzen. Halten Sie Türen zu brennenden oder verqualmten Bereichen unbedingt geschlossen, um die Ausbreitung des Rauches zu verhindern. Sie haben das Feuer erfolgreich gelöscht. Allerdings haben Sie es versäumt, vorher die Leitwarte anzurufen und die Meldekette in Gang zu setzen. Dies kann im Ernstfall schwere Konsequenzen haben. Etwa wenn Sie beim Löschversuch durch die Brandgasse ohnmächtig werden und niemand über den Brand Bescheid weiß. Dieser Durchlauf des Trainingsabschnittes muss daher leider als Fehlschlag gewertet werden. Sie können es aber gleich noch einmal versuchen. Der Trainingsabschnitt wird automatisch neu gestartet. Dieser Trainingsabschnitt stellt ein Beispiel für einen Brandfall dar. Sie übernehmen die Rolle von Schwester Helene, die auf der virtuellen Trainingsstation im Dienst ist. Ihre Aufgabe besteht darin, so schnell und korrekt wie möglich zu reagieren, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Hilfe! Es brennt in Zimmer 8! Kommen Sie, Feuer! Halten Sie Türen zu brennenden oder verqualmten Bereichen unbedingt geschlossen. Um die Ausbreitung des Rauches zu verhindern. Die Nummer der Leitwarte können Sie dem Flucht- und Rettungsplan entnehmen. Sie kann je nach Gebäude und Standort unterschiedlich sein. Leitwarte hier, Lehmann am Apparat. Hilfe! Hier brennt es! Bitte beruhigen Sie sich erstmal. Wer sind Sie denn? Schwester Helene, von der virtuellen Trainingsstation. Ja. Hier brennt ein Papierkorb. Ja. Es ist niemand direkt in Gefahr, aber es brennt hier. Und wo brennt es bei Ihnen? In Zimmer 8. Gut. Alles klar. Hilfe ist unterwegs. Jetzt, da Sie die Brandmeldung abgesetzt haben, sollten Sie überprüfen, ob der Brand noch klein genug ist, um einen Löschbesuch zu unternehmen. Brandgase sind äußerst gefährlich. Achten Sie auf Ihre Eigensicherung und vermeiden Sie es, Brandgase einzuatmen. In verqualmten Bereichen sollten Sie sich möglichst gar nicht aufhalten. Achten Sie sich möglichst gar nicht aufhalten. Achten Sie sich möglichst gar nicht aufhalten. Das Feuer hat sich inzwischen zu weit ausgebreitet, um einen Löschversuch zu unternehmen. Das Wichtigste ist jedoch, dass Sie die Brandmeldung erfolgreich und rechtzeitig abgesetzt haben. Im Zweifelsfall hat Ihre Eigensicherung Vorrang vor einem Löschversuch nach Absetzen der Brandmeldung. Sie haben diesen Trainingsabschnitt daher erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Sie können die Kopfhörer und das Headset jetzt absetzen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.